Ich habe hier eine typische Beherbel gehabt, Y ist 2 durch X und habe eine Wertetabelle gemacht und habe das gezeichnet. Das kann man aber alles auch natürlich mit GeoGebra machen, also das ist hier GeoGebra, oder ich gehe mal raus, so schaut es aus. Also hier, Grafikrechner, und dann gebe ich hier bei der Eingabe ein, Y ist gleich 2 geteilt durch, dividiert durch X und fertig. Und kann mir die Hyperbel anschauen und die sollte genauso aussehen, wie meine Hyperbel, die ich mit der Hand gezeichnet habe. Und ich kann auch so rauscrollen, da merke ich, es schmiegt sich an, aber wenn ich hier rübergehe und größer mache, sehe ich, dass die grüne Linie nicht an die X-Achse rangeht. Ich kann da wieder so kleiner machen, genau, und ganz weit rausgehen, ja, er braucht ein bisschen, jetzt bin ich bei Tausenden, jetzt wieder größer machen und das scheint, die grüne Linie scheint auf der X-Achse zu liegen, scheint drauf zu liegen, aber jetzt habe ich es geschafft. Bei 0,002. Genau.